ARD Text im Auftrag von Funk Ja, für die Live-Shows ist Rob der richtige Mann. Er hat sich durchgebissen. Rob Fowler ist in den großen Live-Shows. Ich will The Voice of Germany sein. Ich will weiterkommen. Und ich bin bereit, einfach Rob Fowler zu sein. ARD Text im Auftrag von Funk